Man hat so die Hoffnung, dass es ein Satire-Account ist. Stattdessen sind diese Weasleys so radikale, evangelikale Christen, die jeden Scheiß glauben. Und die haben ein altes Video, das habe ich durch Zufall drüber gestolpert. Jemand glaubt, Evolutionstheorie? Das sind unschlagbare Gegenargumente. Wissenschaftlicher Konsens. Da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Wir sind ja nicht wie bei Family Guy, wo bei einem Genie auf einmal irgendwelche Sachen durch Gott auftaucht. Alles da. Das ist natürlich Schwachsinn. Kreationisten sind Dorftrottel. Nichts gegen Leute auf dem Dorf. Aber es sind Trottel. Wie kannst du mit jemandem sprechen, der denkt, die Evolution hat tatsächlich stattgefunden? Das fängt ja schon großartig an. Wie kann man mit jemandem sprechen, der wissenschaftlich fundiert weiß, dass die Evolution stattgefunden hat und der sich nicht von irgendwelchen Hokuspokus-Kaspern verarschen lässt? Christ-Fluenza. Kirche U30. Als Katholik schäme ich mich dafür. By the way, ich habe eine Kappe an, weil ich meine Haare seit längerer Zeit nicht mehr schneiden konnte. Und es ist Superbowl in drei Tagen. Also ich habe fünf Fragen für dich, die du dir mal stellen könntest. Und zwar... Warum redest du so einen Scheiß? ...wenn die Menschen nichts weiter als beharrte Tiere sind, warum ist dann teilweise die Anatomie und die Wirkungsweise unseres menschlichen Körpers so radikal verschieden von den Säugetieren? Ist doch gar nicht. Ist es doch gar nicht. Ist doch Unsinn. Das sind halt verschiedene Arten von Tieren. Und dass wir eine gewisse Verwandtschaft mit Affen haben, wir stammen nicht vom Affen ab in dem Sinne, sondern wir sind verwandt, das ist ja auch klar. Als Beispiel ein Schimpanse ist auf dem Niveau eines dreijährigen Kindes. Es ist... Also ich... Weiß nicht, was der da hat. Selbst von unseren Affenvorfahren. Wusstest du, dass die Mehrzahl der Tierversuche noch nicht mal übertragbare Ergebnisse für die Humanmedizin bringen? Frage Nummer... Ach so, deswegen machen wir Tierversuche und äh... Okay. Das ist natürlich auch wieder Unsinn, den er von sich gibt. Nummer zwei. Wieso, wenn der gesamte evolutionäre Prozess auf das Überleben und Gedeihen des Individuums und der Art ausgerichtet ist, ausgerechnet und ausschließlich der Mensch, wir, so eine abartig hohe Intelligenz haben? Puh... Ganz einfach. Menschen haben sich ja unterschiedlich entwickelt. Und die hatten alle schon Intelligenz und manche haben sich durchgesetzt. Und bei uns gab es ja den Neandertaler und den Homo Sapiens und den Homo Sapiens Sapiens und so weiter. Und irgendwann hat es sich eine Art durchgesetzt. Gut, bei ihm vielleicht nicht, aber ansonsten ja. Nicht jeder Mensch natürlich, möchte ich an dem Punkt mal sagen. Unsere Hater zum Beispiel nicht. Spaß. Ihr seid geliebte Menschen von Gott. Aber echt, kein Lebewesen kommt annähernd an die Intelligenz von uns Menschen heran. Müssten wir nicht eigentlich erwarten, dass sich auch irgendwelche anderen Spezien in der letzten Zeit und in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausend denn irgendwie auch mal weiterentwickelt haben? Das tun sie auch, das tun sie auch. Und zwar alle Tiere haben sich weiterentwickelt und sie haben sich angepasst. Nur kannst du die Evolution halt nicht live beobachten, weil sie über enorme Zeiträume läuft und zwar nicht über Jahrhunderte, sondern über Hunderttausende von Jahren. Er hat halt, er weiß wahrscheinlich noch nicht mal, wie man Biologie schreibt. Und wir haben natürlich auch intelligente Tiere. Raben sind intelligente Tiere. Affen, viele Affen sind sehr intelligent. Und die Intelligenz eines dreijährigen Kindes oder eines Fünfjährigen, das ist schon eine ziemlich hohe Intelligenz. Manche Füchse, Orcas und so weiter. Wale, Delfine. Manche sind intelligenter, manche weniger. Wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Raben. Es gibt dumme Vögel und es gibt kluge Vögel. Tintenfische sind auch nicht dumm. Aber er hat sich wohl mit Biologie noch nie befasst. Haben sie aber nicht. Nächste Frage, wie hat das eigentlich funktioniert? Der Mensch war jetzt da oder auch das Tier. Wie genau wusste das, der Mensch oder das Tier in den ersten 30 Jahren seines Lebens, früher haben die ja nicht ganz so lange gelebt, das, wie Sex funktioniert und wie sie sich produzieren können, bevor sie gestorben sind? So wie es jedes Tier auch weiß, indem es einfach biologisch verankert ist. Denn auch jeder Hund weiß, wie er Sex hat. Jede Katze, jeder Vogel, jede Schildkröte, auch wenn es besonders witzig aussieht. Und diese Aussage mit 30 ist natürlich auch ziemlich weiter Blödsinn. Das ist halt, es ist einfach maximal unangenehm, was er da für ein Zeug von sich gibt. Das ist halt alles Unwissen, Desinformation und halt dummes Geprabbel, was er irgendwo aufgeschnappt hat in seiner Bibelgruppe. Meinung nach müsste das irgendjemand da oben einpflanzen, wie es funktioniert. Die fünfte Frage, sehr gute Frage, warum... Also bisher waren alle Fragen dumm und konnten von mir innerhalb von Sekunden widerlegt werden. Ist die Gesamtzahl aller Fossilien, die wir in jahrhunderterlanger Suche, also in den letzten Jahrhunderten, gefunden haben, die vom Vorfahren des Menschen standen, sind das eigentlich so viele, dass sie buchstäblich in einen einzelnen Sarg passen? Hier siehst du mal einen Sarg. Ich bin so groß wie ein Sarg. Das ist so dumm. Weil der Körper verrottet. Und wir haben einzelne Fossilien, die versteinert sind, die wesentlich älter sind als der Mensch. Und von Vorfahren haben wir das ja auch. Wir haben unter anderem von frühen Sorten von Fischen haben wir Fossilien. Es ist einfach... Es fängt ja... Es ist... Und so viel... Du kannst es einfach nicht glauben. Und ja, er denkt sich wirklich, jedes Tier wird zu einem Fossil. Das ist so dumm. Es ist so himmelsschreiend dumm. Nach ihm müssen überall Leichen liegen. Ja, wir waren nur nicht Milliarden auf der Erde. Ich glaube, ich muss gleich den Aluhut anziehen, was für den Unsinn der von sich gibt. Obwohl nach der klassischen Evolutionstheorie der Übergang vom Australoptikus zum Menschen vier Millionen Jahre vergangen sind und der Übergang vom Affen zum Menschen sogar zehn Millionen Jahre. Das heißt, rein mathematisch müsste es 70 Milliarden Menschenvorgänger gelebt haben. Ja, und es gab wahrscheinlich 100 Fantastrillionen an Fischen. Dann müsste ja alles, was wir hier finden, Fossilien müssen ja dort sein. Ist aber nicht. Nur ein paar Sachen haben halt die Option, so zu landen, dass sie Fossilien werden. Und je größer das Tier ist, desto schwieriger wird es dann halt auch. Und die sind auch gestorben und müssen irgendwo liegen. Und wir haben nur einen Sarg voll gefunden. Vielleicht waren die aber auch einfach abartig klein. Du hast vielleicht schon von der Kamprischen Explosion gehört. Das ist eine winzige Phase in der Erdgeschichte, in der praktisch alle heutigen Tierstämme auf einmal aufgetaucht sind. Beinahe über Nacht, ohne irgendwelche belastbaren Hinweise auf ihre Vorfahren. Und nicht nur das, sondern auf einmal gab es Arten von Körperbauten, also wie Körper gebaut waren, zu denen bis dahin überhaupt noch keine Vorgänger gefunden wurden konnten. So etwas gab es vorher noch nie und danach auch nicht. Und die Ursache kann die Wissenschaft überhaupt nicht finden. Das waren unsere Fragen. Ja, das war bestimmt nicht Gott. Jetzt kommen wir aber zum spannenden Teil. Siehst du diesen Zauberwürfel hier, hast du bestimmt auch schon mal gemacht. Der funktioniert dann, wenn alle 27 Teile genau in ihrer exakten Form sind, an dem Ort, wo sie sein müssen. Normalerweise musst du ihn auch so drehen, dass alle die gleichen Farben haben. Das schaffe ich nicht. Jedes einzelne Teil von der Statik her benötigt alle anderen Teile. Wenn also eins der 27 Teile nicht genau an dem Ort wäre, dann würde der Würfel nicht funktionieren. Du könntest ihn nicht richtig drehen und er könnte das Bild nicht abgeben. Wird wahrscheinlich einfach auseinanderfallen. Also in einem Satz, der Zauberwürfel kann mit 26 oder weniger Teilen gar nicht bestingen. Das heißt, ein Zauberwürfel kann nicht sukzessiv, also ein Entwicklungsschritt, nach dem nächsten gebaut werden. Das ist mechanisch gar nicht möglich. Alle Teile müssen gleichzeitig an diesen Steinen drangesetzt werden. Nur dann kann er funktionieren. Ganz viele menschliche Systeme, die wir haben, können nicht aufeinander aufbauen. Es muss ganz viel gleichzeitig da gewesen sein. Ja, und schau doch mal, wie alt ist denn das Universum und allein unsere Galaxie? Wie viele Milliarden, Abermilliarden, Billionen Jahre alt? Unsere gesamte Weltall. Und da hat die Natur in der Zeit so viele Möglichkeiten, dass einfach alles entstehen kann. Und daraus entwickelt sich etwas. Und Leben ist gar nicht mal so komplex am Anfang. Er denkt natürlich nur, ja genau, er denkt sieben oder sechstausend Jahre. Und dann kam Adam und Eva und dann kam die Schlange. Und dann Kain erschlug seinen Bruder Abel. Und dann hat Kain mit Eva rumgemacht. Und wir sind alle durch Inzest entstanden. So ein Unsinn. An den Quatsch glaubt er halt. Sonst können sich bestimmte Systeme gar nicht entwickeln. Zum Beispiel der Blutkreislauf von den meisten Säugetieren. Die Fortbewegungsmechanismen, das menschliche Immunsystem und die Existenz der biologischen Zellen und noch einige mehr. Das heißt, das sind alles Systeme, die eine große Anzahl von Subsystemen brauchen. Ja, und die haben sich alle aus Kleinstlebewesen und aus Aminosäurenverbindungen entwickelt. Und das hat seine Zeit gebraucht. Ein paar Millionen Jahre. Ja, wirklich bei ihm war wirklich, es gab wirklich bei ihm eine, an dem Baum der Erkenntnis war eine Schaukel. Und die stand einfach zu nah am Baum. Gleichzeitig funktionieren, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann. Das heißt, würde nur eins von diesen Subsystemen fehlen, dann könnten wir zum Beispiel das Immunsystem gar nicht haben. Weil vielleicht eins von diesen Subsystemen noch gar nicht entwickelt worden ist. Genau, und deswegen, er hat gerade eine seiner ersten Fragen beantwortet. Und genau deswegen gibt es vielleicht auch nur den Mensch als intelligentes Wesen, weil bei den anderen es nicht funktioniert hat. Das heißt, für unseren menschlichen Körper, für das Immunsystem zum Beispiel, müssen ganz viele Subsysteme gleichzeitig entwickelt worden sein. Oh, Sherlock hat sich einfach gerade selbst widerlegt. Hat seine Fragen, die er vorgestellt hat, einfach komplett selbst hops genommen. Das heißt, an einem Punkt muss der Mensch erschaffen worden sein. Er kann nicht von Zelle zu Zelle, von Atom zu Atom sich weiterentwickelt haben, weil diese Subsysteme gleichzeitig mit den großen Systemen entwickelt sein mussten. Das habe ich jetzt schon gesagt. Das heißt, Evolution, nacheinander auffolgende Entwicklungsschritte machen bei den Dingen gar keinen Sinn. Doch, du verstehst nur einfachste Biologie nicht. Du bist leider intellektuell überfordert. Das tut mir leid. Das erklärt aber auch einiges, warum du so fanatisch in deiner Religion feststeckst. Noch ein paar Funfacts zum Ende. Auf und an dir wachsen manche Haare, die auch wenn sie komplett abgeschnitten sind, genau so weit wieder wieder wachsen. Zum Beispiel Augenbrauen wäre dumm, wenn die voll lang wachsen würden. Man müsste die immer abschneiden, ne? Ja, deswegen lasse ich sie ja auch schneiden beim Friseur. Wenn sie komplett abrasierst, wachsen sie wieder nur genau bis zu der Länge. Oder zum Beispiel auch Schamhaare. Ein einzelnes Blinzeln erfordert mehr als 200 aufeinander synchronisierte Muskeln. Und beim Treppenschritt ist es übrigens genauso. Dein Herz schlägt 100.000 Mal am Tag, ohne einen einzigen Schlag auszulassen. In dir befinden sich 90.000 Kilometer an Blutgefäßen. So viel du wirst wahrscheinlich nicht mal gegangen in deinem ganzen Leben. Dein Auge benötigt, um normal funktionieren zu können, eine Schärfe von über 576 Millionen Pixeln und muss mehr Atome enthalten, als es Sterne im bekannten Universum gibt. In deinem Gehirn befinden sich mehr intelligente Neuronen, als es Blätter im Regenwald gibt im Amazonas. Dieser Typ ist so maximal unangenehm. Ich brauche wirklich diesen Hut dafür, für dieses dumme Geschwätz. Denn das hält ja keiner aus, dieses Geschwurbel. Und er sagt die ganze Zeit, dass er überfordert ist mit der Evolution und mit unserer Welt. Und deswegen zieht er sich zurück. Und diese Signale dieser Neuronen werden mit 400 Kilometer pro Stunde übermittelt. Also manchmal, wenn du Kopfweh hast, schießt du einfach eins voll raus. Nee, kann nicht passieren. Warum? Weil wir einfach gut designed sind. Okay, dein Gehirn verbraucht 20 Prozent deines gesamten Sauerstoffs und deiner Kalorienaufnahme. Das heißt, jede fünfte Gabel, die du isst, wird von deinem Gehirn verbraucht. Jede Sekunde bringst du über 25 Millionen neue Zellen hervor. Jede Art von Zelle kann neuroplasieren. Das heißt, sie könnte zu einem bösartigen Tumor werden. Tut sie aber normal an. Das ist ja ein toller Gott, der Tumore erschafft. Weiß ja nicht. Warum? Weil wir gut designed sind. Das heißt, wenn jetzt dir jemand sagt, er möchte ein Wunder sehen, dann glaubt er... Ja, Moment mal, wenn wir so gut designed sind, warum haben wir dann Krebs? Warum gibt es dann Krankheiten? Ich dachte, wir sind perfekt. Ich dachte, wir sind von Gott geschaffen. Und es gibt keine Evolution. Aber anscheinend sind wir dann doch fehlerhaft. Heißt das dann, dass Gott einen Fehler macht? Dann wäre er ja gar nicht Gott. Hat er gerade Gott widerlegt? Weil Gott uns auf die Probe stellen will. Ach, deswegen hat er uns als behindert sozusagen geschaffen. Und so getan, als ob wir in der Evolution gewachsen sind. Er verarscht uns also. Also ein Gott mit Humor. Jeder soll an das glauben, was er möchte, aber nicht so einen Scheiß verbreiten. Dann lass ihn ein Selfie machen. Wow, ich bin so schön. Ich bin ein Wunder. Ungefähr so. Das ist mit Abstand eines der dümmsten Videos, was ich seit langem gesehen habe. Es hat aus guten Gründen auch 1911 Dislikes. Das ist übrigens auch eine bekannte Pistole. Aber es gibt 554 Menschen, die auf die Scheiße reingefallen sind und das noch geliked haben. An diejenigen, ihr tut mir leid und holt euch mal einfach für die Orientierungsstufe und die Mittelstufe ein Biologiebuch. Das könnte helfen. Ja.